Halt mich drüber! Bitte bitte gehen sich vorn rum, ja? Wollt ihr etwas bestellen wollen von vorne, bitte? Oh, ich bin so fertig, passel! Mein Gott, sind wir schnell rumspasten, äh! Bin drüber! Nein, fällt gar nicht auf! Schau! Wollt ihr etwas kaufen? Hau ab! Kaufen nichts! Penderboard in 28 seconds! Kaufen nichts von Zigeunern! Oh Gott! Du musst noch 20 Sekunden warten, bis ich hier bohren kann! Boah! Mein Gott! Wie er da so läuft, die ganze Zeit so! Ich seh ja! Hahaha! Der spazst hier einfach vor mir rum! Der läuft, der läuft, der weißt du die ganze Zeit so gebückt rum mit seinem Scheiße wie ich! Boah ey! Hahaha! Warum die Spocken gegangen? Hahaha! Ist mir doch hier mit seinem Abspaßland! Ich raste voll, ja? Kein Kommentar! Ich bin aus, schlau! Ah, ich bin draußen! Schade! Boah ey, rückwärts auch gerade Scheiße ey! Hahaha! Behinderter Mensch! Ey, du Affen! Oh Gott! Jetzt ist es sehr witzig! Da ist ein Zombie! Ich höre Schütze! Ich höre Schütze von der Fabrik! Da weißt du schon mal, dass wir das nicht sind! Oh, da hat was Lautes geschossen! Was ist das Lautes? Äh! Drogen? Heimlich? Öffentlich ist es nicht! Er hat zwar was geschossen, aber so laut war es jetzt auch wieder nicht! Äh! Wie man aus dem Weg hier! Weißt du, überall die Leichen! Boah ey! Weißt du, überall die Leichen! Euch ist klar, dass das da hinten ein Scharfschützengewehr ist, was schießt! Boah ey! Wir sind hier ja! Wo liegt das Teil? Was hat der da gerade geworfen? Witzigerweise ist bei mir die Scheibe jetzt kaputt! Bei mir auch! Äh, wieder ganz! So! Wir müssen immer wieder kaputt! Okay, warte! Überraschung! Dokum... Natürlich, ne? Durchzu ne kleinen Scheiben gehen! Liegen hier nicht irgendwelche Gläser oder so was rum, wenn man die Scheibe einwerfen kann? Ich glaub, mit Roadflares müsste man die da auch einwerfen können! Liegt denn die so perfekte Roadflare rum! Ich hör's, aber seh's nicht! Ich höh's auch! Und, dann! Also bei mir ist die Scheibe jetzt wieder ganz, vielleicht nehmen wir noch Ballad. Stop sie! Ja, rennt einfach mit dem Leuchtfeuer wie ein Angeschossener durchs Krankenhaus, wenn ein Scharfschütze in der Nähe ist. Oh mein Gott, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, der randaliert da wieder, weißt du. Kann ein Zombie nicht erwischen. Like immensely retarded. Vor allem, weißt du, er schießt da 500 Mal gegen die Scheibe und die Scheibe geht anscheinend auch 500 Mal kaputt. Laut Sound. Jo. Ja, ja. Like immensely retarded. Hast du jetzt endlich deine scheiß Munition gebackt? Ja, hab ich schon längst, nur die Scheibe ist bei mir ganz. Ich kann da nicht durchschießen, ich kann da nichts machen. So, versucht durchzulaufen. Geht nicht, hab ich grad ausprobiert. Oh Daniel, ey. Also wenn müsste ich... Lol. Er konnte natürlich erschießen. Und dem ist klar, dass der Scharfschutz uns überirrt werden könnte. Äh, Daniel läuft hier eh rum wie so ein Leuchtsignal für Bilder. Mach die scheiß Fackeln mal aus. Geräusch geht mir langsam auf die Sack. Auf die Sack? Auf den Sack. Doch. Ich kann aber auf dem Ding oben nichts erkennen. Oh Daniel, Mann. Nimm nur deine Scheiße aus meinem Gesicht. Doch, Fac. Du bist ne Scheiß. Mein Gott. Wie wärs für das Scheibe, wenn der einem fehlt. Keine zerballert, der hier. Du... Wir rennen raus. Ich hab keine Ahnung, ob die Scheibe kaputt geht, wenn du jetzt da drauf schießt. Boah, soll ich mal reinballern? Ja, wir rennen's einfach mal aus. Nein. Bei euch ist die doch nicht zu sitzen, oder? Bei mir schon. Also dann müsste einer von... Ben müsste einer von euch jetzt noch disconnecten. Warte, mach ruhig. Ja, dann bleibt hier in der Ecke sitzen. Ne, bleibt hier in der Ecke, wo ich sitze. Ich geh mal mit den anderen. Meine Waffe wurde ja leiser gepatcht. Leute, komm mal mit hier rüber. Jo, ab Bord in 30 Sekunden. Jo. Ich glaub ich, da komm ich wieder rein und sie geht immer noch. Warte mal, warte mal. Boah, aus dem glaub ich gar nicht, weil ich kann hier der Kleint leider abmachen. Und dann kann ich nach draußen. Aber da sind grad ein paar viele Zombies. Ja. Da will einer dir von hinten an die Wäsche. Ja, bis jetzt erwischt er mich nicht. Also hier kann ich Kleint leider abmachen, nur sind da auch ein bisschen viele Zombies. Ähm, am besten rennt ich mal raus. Und vorher? Ihr habt hier die Scheibe nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, der Typ ist Richtung Feuerwehr. Würde ich sagen Richtung Ostenliebe rennen. Also hinterm Hospiz entlang. Und dann runter zum Wasser. Runter zum Wasser. Check. Also jetzt rechts. Also raus rechts. Rechts. Und dann. Richtung Wasser. Okay. Na dann Feuer. Vollgas. Vollgas. Ja, richtig Vollgas. Ja, richtig Vollgas. Vollgas. Guck dich an. Weil jetzt bin ich nämlich auch draußen. Wie die Behinderts laufen wir hier lang. Offene Fläche. Ja. Und ich hab hier die ganzen Zombies jetzt. Ja. Laut spring drüber. Boah. Oh, was macht denn der da drin? Oh. 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 Ja, das bezweifle ich. Ne, da sitzt nichts. Oben auf der Fabrik kann ich jetzt auch nichts sehen. Ne, Sniper hätte könnte ja noch auf dem Hotel liegen. Hotel. Ja, normalerweise kommst du nicht aufs Hotel hoch. Außer du bist mit nem Heli hochgeflogen. Da ist ne Leiter. Ey ja, aber du kommst da nix ran. Doch. Doch, die waren da auch schon oben. Ich war da auch schon oben. Ja. Ich bin da auch schon runtergefallen. Boah, er schreckt mich nicht so, Alper. Ja, ich sag mal Stau, ey. Tja, ist wie auf der A5. Der fuck ey. Ja. So, jetzt sind wir erstmal im Wasserbereich. Lass mal hier warten. Na ja, guck dich schon da drinnen nach. Naja, hier riecht nix. Kann man da auch ganz rein? Nein. Nur in der Vorraum. Also ich kann hier nichts sehen. Am Wasserbereich. Ich seh auch nix. Ja, dann würde ich sagen weiter gehts mal. Ja, gehen wir mal den Spieler jagen, oder? Feuer. Jo, würde ich auch sagen. Vollgas, los. Äh, dann werde ich aber meine ARCOG in der Hand nehmen. Feuerwerk. Jo, mach. Frag mich warum du immer so das kleine Scheiße genannt hast. Hier, 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 äh. Links durch. Links, meinst du? Ja, ne, ich geh hier oder hier lang meine ich. Jo, okay. Ja, dann suchen wir den. Ah, der müsste hinten irgendwo zu Feuerwerk sein. Gehen wir auch in die Richtung. Mal Zweierteams bilden. Jo, komm. Weiß ich nicht. Ja, am besten eins was hier reinläuft und das andere was eins später rein dafür so. Ja, dann laufen Kai und ich hin. Na los. Komm, lass nach dem Hotel. Wir gehen hier rein jetzt. Wir gehen jetzt Richtung, Richtung Kirche. Daniel, wir laufen jetzt in die Kirche rein, okay? Gute Idee gehabt. Nach dem Hotel. Na. Laufen quer über den Platz? Komm Kai. Quer über den Platz? Bist du scheiße? Na gut. Patsch. Boah, 19 FPS, 19 FPS. Ich hab 28 als Aufnahme. 23. Äh, wir laufen hinterm Rathaus Richtung Factory. Ja, wir laufen grad hier drüben. Und ihr lauft Richtung Feuerwehr. Jo, hier. Daniel, komm hier rein. Wir laufen erst Factory und dann zur Feuerwehr. Alles klar. Wir gucken dann direkt zur Feuerwehr rein. Ja, wir laufen jetzt erst zur Kirche und gehen dann auch zur Feuerwehr. Also treffen wir uns dann an der Feuerwehr, ja. Du bist da vorne. Ja. Factory scheint sauber. Aber ich hab innen drin, ich hab innen drin es selbst gehört. Auf Holz. Hast du es auch gehört? Ja. So, auf hinter uns ist es ein Zombie. Lass uns einfach rein stürmen. Lass uns einfach rein stürmen. Eins ist der hier oben drin. Lass uns einfach rein stürmen. Schau mal vor, du hast, du hast eine große Waffe zum rein stürmen. Ah, ich... Die Zombies haben mich blockiert. Sicher? Ein Zombie ist direkt hinter dir. Sicher. Hier unten ist... Nichts. Alles sicher. Hier ist sicher dann, ja. Ja. Da kommt wohl nicht. Genau. Los jetzt in die Kirche rein. Siehst du was? Nope. Nix hier. Ja. Los du gehst raus. Okay. Und da bin ich vorne. Ich bin draußen. Ich mein den Zombie, ich hab ja mit dem Zombie gesprochen. Achso. Ich komm jetzt auch raus. Ich bin hinten raus. Ich komm jetzt wieder auf den Hinterhof. Ja, ich komm auf den Hinterhof. Los Daniel, weiter. Wir gehen gleich weiter. Hier liegt nur Mist drin. Ja, bin hier. Ja, da bist du. Alles klar. Hier rüber, komm hier. Jo. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Feuerwehr. Jo sind wir auch grad. Wir sind grad genau gegenüber. Also wir kommen vorne durchs Haupt. Ne, wir sind hier am Supermarkt. Lass noch schnell von hinten durch den Supermarkt gehen, Daniel. Ihr kommt von hinten rein. Wir gehen von vorne durchs, sag ich. Durch den Supermarkt. Ich hab ja grad nen Spiel da vorne gesehen. Ich hör ein Fahrzeug rechts von uns, Kai. An der Factory. Hör ich nicht. Ja doch, hier ist ein Fahrzeug. Wir haben überall Zombies. Okay, los rein da. Kai, komm mal mit. Folgt mir mal. Genau hinter dir. Wir stürmen grad den Dings. Den Supermarkt. Okay, Supermarkt ist saulang. Ich bin saulangsam. Ich hab noch viel Scheiße drin wie vorhin. In der Street Loot. High Loot. Da ist ein Fahrzeug. Ich hör hier auf fliegen. Mach auf. Jetzt renn. Ab in die Feuerwehr. Oder? Ja, da ist die doch. Nicht direkt vor uns. Ja, wir gehen jetzt von hinten in die Feuerwehr rein. Du grad das Fahrzeug. Weil ich hab's grad gehört die ganze Zeit. Es hat sich wie ein Ural angehört oder so. Hörst du die fliegen? Könnt ein Bus sein. Da hört sich auch an wie so ein Ural. Hab ich vorhin auch gedacht. Warte, warte, warte. Geh noch nicht rein. Geh noch nicht rein. Geh noch nicht rein. Toter Spieler. Fliegen. Toter Spieler mit Painkillers und Flashlight. Petropack. Oben ist rein nichts. Oben ist rein nichts. Ja, oben. 1-1 weiter. Auf dem Dach hier. Ist der. Auf welchen Dach? Hat er uns gesehen? Auf dem Dach von der Feuerwehrwache da ist. Also der ist aber ein Toter. Das seh ich. Okay, warte. Ich glitter hier mal die Factory hoch. Jo. Gelegt ne MW5. Ja, aber ohne Muni. Warte mal. Gibst du so lange Backup? Deutlich noch ein Toter. Ja, irgendeiner Scharfschützt hier oben hier. Ja, ich bin jetzt oben bei der Factory. Geh mal raus aufs Dach. Bin jetzt nicht ganz oben bei der Factory, aber keines bei der Feuerwehr wenigstens ordentlich reingucken. Bei der Feuerwehr bin ich auf dem Dach ganz oben. Ich bin auf dem Dach. Alles klar. Unter eurem Zombie. Und ich bin im Turm ganz oben. Ja, und zwei Etagen unter dir ist ein Zombie. Warte ich guck, was will der da? Also eine Etage kannst du runter gehen, die nächste ist äh... Dann geh ich nicht runter. Der Typ hat noch ne G17. Magazine. Boah. Boah, ich muss so hart pissen, ne? Jo, also... Nö. Fuck, hier kommen Zombies auf, Benny. Mach Kette da oben. Dabei. Der Typ tot ja, ne? Ja. Kommt wieder runter, oder? Die kommen... Ich bin jetzt auf dem Weg nach ganz oben. Boah, also die sind hier drin, die kommen mir... Ja, dann erschieß die. Genau, mit was denn? Das ist doch ne dicke Waffe. Und soll ich hier jetzt rumballern oder was? Drück jetzt einem in die Fresse. Äh, das war ich. Das war ich. 1911. Ich schieß gleich nochmal. Jo, hinten beim Factory-Bereich. Ja, das bin ich. Und jetzt noch ein. Fuck daneben. Schon wieder daneben. Mein Gott, hör doch mal auf so rum zu kuseln. Mein Gott, hör doch mal auf so rum zu kuseln. Mein Gott, hör doch mal auf. Ja, ich guck mal auf die Hauptfläche. Fuck it, Baylife. Ja, ja, ich bin ganz oben bei der einen Factory. Weil ich such das Fahrzeug. Aber das Fahrzeug kann ich nirgendwo sehen. Ja, aber warum trifft der den nicht in die Scheißfresse? Soll ich das der Zombie Instructible oder was? Also ich hab drei Zombies, die aus dem Weg aus der Stadt herausführen. Aber sonst... Nichts in der Art. Guck grad die Sniperwiese an. Da ist nichts zu sehen. Ja hier auf dem Sniper, wir sind es nicht zu sehen, ich komm wieder runter Kai. Ja find ich echt klasse. Es wäre echt lustig, wenn jetzt einer in die Kirsche gehen würde, würde ich perfekt sehen. Sind wir noch da oben, Robert? Ja, wir sind immer noch in der Feuerwache. Wir halten jetzt hier auch erstmal kurz die Stellung. Ja, das hört sich gut an. Jo. Komm aber wieder rein, weil dann... Fahrzeug, Fahrzeug. Wo? Ja, ganz hin aus der Straße. Nein! Wo fahre ich denn runter? Da ist ein Bus. Gigi. Geist hinten hinter dem kompletten... Ja, Richtung Restriegebiets. Und ich habe gerade Selbstmord gemacht, weil ich auf einmal durch den Bug runtergefallen bin. Alter. Deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, komm da, Ronner. Nein, auf mich wird nicht gehört. Der hupt, Alter. Ja, ja, ich weiß. Du könntest den Bus kaputt schießen, ne? Oder versuchen Richtung Fahrer. Ja. Den musst du nur ein-, zweimal treffen, glaub ich, dann ist er schon weg. Ich sehe ihn nicht. Wo bin ich? Ich bin Kamenka. Alter, ernsthaft. Da liegt ein Typ unten auf der Straße. Also. Ja.